Hallihallo Hallöchen liebe Zuschauer hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Ja hat sich vielleicht zuletzt mal was geändert? Nein, alles gleich. Oder? Nö. Alles nix? Nö, alles gleich. Oh, ich bin ja so müde. Entschuldigung. Ja, das letzte BG war ja scheiße. Überhaupt nicht. Nicht so nach meinem Geschmack. Na gut, was will man machen? Ich hatte heute eins gehabt. Das war schon cool, das war, war das Tiefenwinschlucht? Ne, das war Strand gewesen. Ich weiß gar nicht, ob gegen wen, ich glaube, in der Masken Rosen oder gegen Leute auf den englischen Servern, ist ja auch eigentlich egal. Das war ziemlich, wir haben es gewonnen. Das war aber trotzdem sehr, sehr ausgeglichen und auch ziemlich knapp. Also die hatten am Ende 45 Sekunden, sind mit allen Mann rein und sind dann doch noch fast zum Tor vorgekommen. Also das war schon eng. Aber da haben wir Mann und Maus verteidigt und dann hat das hier klappt. Ne, das war ziemlich ausgeglichen. Noch so, so Einzelkämpfe dann mal. Shadow, Miliche-Hemmy und Krieger und ein Hexer und keine Ahnung. Ich glaube, die hatten vier Frost-Magier. Da hast du das eine Duell, das eine Duell gewonnen, dann kam der nächste. Och, da kann man ja so schlecht abhauen oder dranbleiben. Geht eigentlich als Red mit Empowered auf jeden Fall. Aber es ist halt trotzdem müßig. Irgendwo. Ach, die haben jetzt schon hier drei. Scheiße. Äh, Buffs sind alle da. Hab ich eigentlich schon mehr Verschlag? Wir haben aber gar keinen Buff. Schade. Da hätte ich mehr, mehr Verschlag. Wuuuuh. Aber komm schon. Eigentlich hätte ich ja gerne mehr von dem Stat. So, so 25% wäre schon cool. Aber da gehen andere drauf. Andere Kosten. Äh, na. Andere Stats gehen dafür drauf und das muss nicht sein. Das habe ich alles mal probiert. Spielt sich lustig, aber nicht effektiv. In der Arena dann sowieso nicht wirklich. So, der hat Bursi. Ja. Feig. Komm her, Feigling. Jetzt ist er wieder alleine hier. Du musst gar nicht abhauen. Du kriegst jetzt gleich den Stunt. Zwei, eins. Jetzt. Jetzt wirst du weggezimmert. Oh, du Feigling. Geh mal durch den Droiden da. Ach, da ist er, der Herr Krieger. Da ist er? Ja, ne? Komm her. Drecksau. Immer noch. So, dann der Terrorpriest. Komm, schieß mich nochmal an. Danke. Geil. Hinlern nämlich. Ah, wie geil ist das denn? Dann konnte er nichts machen, dann stand er nur da. Da frage ich mich, ist es jetzt ein Bot oder nicht? Oh, scheiße. Der Frosty- äh, der Decay-Blood-Dicker. Bleah. Müssen wir ja Abstand halten. Wo sind wir? Weil da hinten ist er. Nee, da reiten wir gleich mal aus und rum. Den kriegen wir nicht, oder? Das sind da Alis? Nein, das sind keine- ey, das sind keine Alis. Ja, tut mir leid, lieber Troide, dich müssen wir da lassen. Nee, komm noch richtig hoch. Der geht da auch mit. Ein Warioa. Das krieg ich immer hin. Komm, gleich mal. Ah, falsche Rischproch. Gut, geil. Ach. Okay, ist dann. Oh, schon gegeben, ja, du nicht um den Sack. Geh, ich bin ein Dreck-Sack. Eben, wenn es brenzlig wird. Hau'n's ab. Komm, lass den. Der Feigling ist weg. Geben wir jetzt gleich einen Punkt. Kann ich die Flagge auch mal nehmen? Haha, ich bin wahnsinnig. So lange noch. Ich nehme die Flagge mit, ja. Ich nehme sie mal mit. Eigentlich muss er so nehmen. Nimm so. Sei so clever. Genau, würde ich sagen, lauf mit mir. Da ist er. Da. Der hat sich im Ernst eines Insignals dafür verschwendet. Na ja, gut. Diese 3 Millionen Meter Reichweite für Sepp. Wahrscheinlich wird er gleich angegriffen. Ne, ich werde wahrscheinlich durchgesappt. Noch nischt. Da kommt der nächste. Warum hat er das Portal nicht genommen? Ist das überhaupt unseres? Ist doch unseres. So, da kommt er aber nicht mit. So, da geh ich aber jetzt wieder weg. Denn da ist ein Decay, der Sterben hat er gesagt. Da hinten ist er. Die CT ist noch. Dauert noch ein bisschen. Da bist du eins, ist die Breit. Breit. Willst du auch nicht gleich machen. Dauert noch. Ich versuche das. Den können wir auch noch, na nicht ganz. Ist der Shoga down? Nein, er ist natürlich nicht down. Ich schau hier mal versteckt, der Feigling. 2-0, ja, das sieht eigentlich so ziemlich klar aus. Der macht irgendwie gar nichts. Kick in deinen Tod. Auf Frost gekickt, ey. Was soll das werden? Er will mich wurzeln? Interessant. Was ist denn noch alles? Nett, nett, danke für den Heel und so weiter. Das ist jetzt nicht... Oh Gott. Also, seid wirklich böse. Jetzt hau ich mal ab. Jetzt greifen sie wahrscheinlich direkt was anderes ab. Oh Gott. Oh Gott. Nein, jetzt hat er mir den Kill geklaut. Was denn den? Ach, der hat ja gebufft. Da kann man zurückbauen. Ja, gut. Das ist jetzt halt mal ein Farmfest im Vergleich zum letzten Mal. Klipp mich, klipp mich, klipp mich hart. Das war nicht gut. Das war auch nicht besser. Das war auch nicht besser. Okay, ich glaube, der hat das Sch... Blop. Ach, ich glaube, der Mut ist so jetzt so geil. Na komm, mach Ende. Was ist denn das Damage hier? Hexer. Ooh, Schurken, f nicht. Eklisch vorbei. Es ist D-Glash vorbei, 4, ah, kann ich gar nicht mehr, nicht mehr mehr die, die kann ich nutzen, ja, so wie immer, ordentlich, mit Emperor Seals eigentlich sowieso, also, der Heal ist mit Emperor Seals in der Regel eh hoch und der Damage eigentlich, äh, auch, ja, ja, gut, dann sag ich auch hier wieder, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Ah, das sieht einfach cool aus, ja, das ist, ja, äh, ja, dann wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare oder auf Twitter und wir sehen uns dann beim nächsten Video, Tschüss!